Falls du auch nach irgendeiner natürlichen Methode suchst, um deinen weiblichen Hormonhaushalt zu stabilisieren und ein bisschen mehr in Balance zu bringen, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dich ein bisschen mit der Methode des Seed-Cycling auseinanderzusetzen. Seed-Cycling, ich habe leider nachgeschaut, es gibt keine wunderschöne Übersetzung für diesen Begriff aus dem Englischen. Heißt wörtlich übersetzt Samenrotation. Aber das ganze Konzept dahinter ist, dass du über deine gesamte Zykluslänge vier verschiedene Kerne und Nüsse zu dir führst. Und auf das Genaue, wie das funktioniert, gehe ich gleich ein. Und der Grund dahinter ist, dass genau diese Samen und Nüsse enthalten ganz, ganz wertvolle Nährstoffe, die du brauchst, die dein Körper benötigt, um genau deine weiblichen Hormone wiederum zu bilden und zu produzieren. Somit ist es eine sehr risikoarme Alternative und auch wirklich ohne große Nebenwirkungen, wie du deinen Hormonhaushalt ein bisschen stabilisieren kannst. Also gehen wir mal ein auf die vier Nüsse oder vier Samen, die du für diese ganze Methode brauchst. Also in der ersten Zyklushälfte, wir wissen ja, die erste Zyklushälfte dauert von dem ersten Tag deiner Menstruation bis zu deinem Eisprung. Da solltest du täglich einen Esslöffel Leinsamen zu dir nehmen und einen Esslöffel Kürbiskern. Und hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir, schrote wirklich deine Leinsamen immer frisch selber. Das hat folgenden Vorteil. Erstens, die geschroteten Leinsamen würde ich deshalb nicht kaufen, denn wenn du Leinsamen schrotest, Leinsamen enthalten ganz, ganz viel wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Diese aber wiederum sind sehr licht- und auch hitzeempfindlich. Somit oxidieren sie auch sehr schnell. Wenn sie dann irgendwie einfach schon im Voraus geschrotet wurden und dann, wer weiß, wie lange im Supermarkt rumliegen, würde ich das Risiko nicht eingehen, dass die wertvollen Nährstoffe sich auf irgendeine Art verändern. Also einfach, um sicherzugehen, schrote deine Leinsamen selber. Und das Wichtige ist auch, damit du sie, also dass du sie auch schrotest, warum überhaupt schroten. Ich glaube, wenn man mal genauer auch hinguckt auf seine Toilette, nachdem man mal war, wenn du Samen einfach so isst, kommen die manchmal einfach auch komplett unverdaut wieder raus. Das heißt, dein Körper hat es wirklich sehr, sehr schwer, diese Nährstoffe überhaupt rauszuholen und den Samen auch wirklich aufzuspalten. Um also wirklich an die Nährstoffe auch ranzukommen, wäre es viel besser, wenn man diese Samen einfach auch schrotet. Also nur, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. In der ersten Zyklushälfte ist ja unser Östrogen, also dieses weibliche Hormon, primär dominant. Natürlich auch noch andere Hormone sind auch nicht zu vernachlässigen, aber konzentrieren wir uns einfach in der ersten Zyklushälfte auf unser Östrogen. Dafür nehmen wir dann Leinsamen und Kürbiskerne zu uns. Und in der zweiten Zyklushälfte, das heißt vom Eisprung bis zum ersten Tag der Menstruation, da ist dann das dominante Hormon des Progesteron. Und damit wir das unterstützen, sollten wir jeden Tag einen Esslöffel Sesam zu uns nehmen und einen Esslöffel Sonnenblumenkerne. Und beim Sesam die gleiche Geschichte wieder wie bei den Leinsamen. Am besten diese Samen wirklich nochmal schroten, denn ansonsten hat unser Verdauungsapparat wirklich eine harte Zeit, an die Nährstoffe wirklich ranzukommen und den Sesam aufzuspalten. Also einfach auch da wieder frisch schroten. So und wie kannst du jetzt diese ganzen Nüsse einbauen, denkst du dir? Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Nüsse snacken. Also ich habe jetzt ein paar Ideen für dich, wie du das in einem Alltag integrierst. Ich mache das persönlich immer so und empfehle das auch genauso meinen Kunden. Methode natürlich Nummer eins. Das Einfachste, wenn du dir jeden Tag eh zum Frühstück irgendeine Art von Smoothie machst, natürlich direkt reinhauen. Da kannst du dir sogar den Schrotschritt sparen, weil ja im Mixer wird das ja eh alles püriert. Oder eben zum Frühstück die zweite Alternative, die ja eh sowieso sehr viele zu sich nehmen, sind ja so eine Art von Overnight Oats oder Porridge oder Müsli. Da haut sie euch einfach auch die jeweiligen Samen, die ihr halt am Tag essen solltet, einfach gleich mit dazu. Falls das Frühstück natürlich mal flach fällt, könnt ihr das Ganze auch einfach über euren Salat drüber streuen. Natürlich snacken geht auch immer. Ansonsten kann ich auch wärmstens empfehlen, wenn ihr euch irgendwelche Soßen oder Dips zubereitet, mixt euch die Soße so, dass ihr die Samen da auch mit dazu tun könnt. Und bei Sesam habe ich noch einen Extra-Tipp für euch. Und zwar gibt es ja, ihr kennt vielleicht Tahini. Tahini ist einfach nur eine Sesampaste. Das ist super lecker, auch zusammen mit Hummus und wird auch in der Küche oft eingesetzt. Das ist eher, glaube ich, im orientalischen Raum, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist auch eine tolle Möglichkeit, quasi diesen ganzen Sesam irgendwie mit reinzukriegen. Also kauft euch auf jeden Fall mal auch Tahini und probiert das mal aus. Und natürlich die große Frage, was mache ich, wenn ich unterwegs bin auf Reisen? Dann kann ich auch nur wärmstens empfehlen, macht euch einfach mal so Energieriegel selber, so kleine Energy Balls. Ich habe dazu mal vor langer Zeit auch ein YouTube-Video hochgeladen, wie man Energieriegel selber macht. Kann ich euch gerne unten in der Infobox nochmal verlinken oder in der Infokarte. Ansonsten googelt ihr das halt einfach nochmal selber geschwind und schmeißt in euer Rezept der Wahl, sei es, ob ihr euch Cookies backt, da wird es theoretisch ja auch gehen, oder halt eben Energieriegel oder Energiebälle macht, so mit Datteln, mit ein paar Nüssen, das einfach alles dann nochmal schön formt. Die kann man wirklich zwischendrin auch mal essen oder halt auch sehr bequem auf Reisen einfach mitnehmen. Ich werde oft gefragt, ob man auch irgendwelche andere Nüsse essen kann während der Zeit, während seines Zykluses. Da sage ich natürlich ja, denn auch andere Nüsse, wie zum Beispiel Hanf, Chiasamen, Walnüsse, haben sehr wertvolle Nährstoffe. Die könnt ihr über die ganze Zykluslänge auch zu euch nehmen und konsumieren. Dann müsst ihr keine Angst haben und es ist auch egal, in welcher Phase ihr euch befindet. Dieses Seed Cycling an sich, seht es auch wirklich nicht als strikte Regel. Oh Gott, nur bis zum Eisprung darf ich jetzt halt irgendwie meine Leinsamen essen. Das ist einfach auch eine tolle Praktik, finde ich, um ein bisschen in dieses rhythmische Leben reinzukommen, um die Achtsamkeit zu schulen für seinen eigenen Körper und sich immer wieder zu erinnern, auch täglich an, in welcher Phase befinde ich mich gerade, was braucht mein Körper gerade. Man soll sich darauf nicht aufhängen. Wenn es auch mal nicht klappt mit der Umsetzung auf Reisen oder so, macht es euch da wirklich nicht verrückt. Es ist einfach nur ein kleiner Tool, um euren Stoffwechsel, um eure Hormonbildung gezielt zu unterstützen. Ich möchte jetzt noch abschließend sagen, dass diese Methode noch nicht wissenschaftlich bestätigt wurde. Das heißt, es wurden leider noch keine Studien dazu durchgeführt, ob diese Methode 100% auch effektiv ist. Ich kann es trotzdem nur berichten, aus den positiven Erfahrungen, die ich jetzt damit gemacht habe, persönlich, aber auch mit meinen Kunden. Und diese Methode wird an sich halt in der Naturheilkunde schon seit längerer Zeit praktiziert. Aber wie gesagt, die offizielle Wissenschaft hat diese Methode noch nicht belegt. Das muss man einfach an der Stelle fairerweise auch noch dazu sagen. Und die abschließende Frage natürlich, wie lange muss ich dann dranbleiben an diesem Seed Cycling, um erste Erfolge für mich festzustellen. Ich kann nur wärmstens empfehlen, wirklich zwei bis drei Monate das Seed Cycling mal zu praktizieren. Denn du musst dir einfach vorstellen, dein Körper produziert auch nicht von jetzt auf morgen Hormone. Das alleine dauert auch einen besonderen oder bestimmten Zeitraum. Und du möchtest deinem Körper einfach während dieser ganzen Zeit bei der Bildung zur Hilfe eilen und den Körper unterstützen, dass doch alles gut funktioniert. Vor allem bei naturheilkundlichen Dingen braucht es alles ein bisschen auch seine Zeit, bis man den Effekt natürlich spürt. Aber ich finde es einfach ein ganz, ganz tolles Tool, um einfach dein Bewusstsein, also dein Bewusstsein und deine Achtsamkeit für deine Periode, für die Veränderungen in deinem Körper, die wirklich zyklisch immer wiederkehren. Aber auch zu schulen und auch irgendwie dankbar zu sein als Frau für dieses Geschenk, dass wir eigentlich so zyklische Wesen sind, dass wir einen Biorhythmus haben, dass wir uns verändern und zu bestimmten Zeiten was anderes brauchen und auch zu bestimmten Zeiten besondere Stärken auch an den Tag legen können und besondere Power haben. Also das ist einfach ein ganz tolles Tool. Dieses Seed-Cycling, sie ist wie so eine Art kleine Nahrungsergänzung für dich als Frau, um deine Periode einfach nochmal zu stärken. Das finde ich ist meines Erachtens wirklich das allergrößte Geschenk, was ich davon mitgenommen habe, aus dieser ganzen Praktik mit diesem Seed-Cycling. Ich hoffe, es hilft dir auch und wenn dir irgendwelche Ideen einfallen, wie du dieses Seed-Cycling in deinen Alltag integrierst, was ich noch nicht erwähnt habe, was du aber ganz, ganz cool findest und mit den Leuten teilen möchtest, hab wirklich keine Scheu, lass es uns alle gerne in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns, von dir zu hören und ja, ich hoffe, du probierst es auf jeden Fall aus und gib auch mal Feedback, was da dir mitgegangen ist. Also bis nächste Woche, pia pia!